Unsere Unterkunft ist am Entstehen, die Flüge gebucht und die Koffer sind gepackt. Naja, nicht ganz, denn ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. Dennoch dachte ich mir, es wird Zeit nochmal ein Video über meine Auswanderungspläne in die Dominikanische Republik zu machen. Und heute ist es soweit. Hauptsächlich bekomme ich von euch positives Feedback. Und einige von euch haben mir sogar mitgeteilt, dass sie sich teilweise schon vorher, teilweise erst durch mein Video, auch für ein freies Leben in der Karibik interessieren. Das freut mich natürlich ungemein. Und ich lese auch immer gespannt die Zuschriften von euch, die mich hier in den Kommentaren oder auch bei Telegram erreichen. Doch wie immer gibt es auch hier wieder zwei Seiten der Medaille. Denn einige von euch verstehen den Schritt auszuwählen gar nicht. Und nochmal andere sind stets darauf bedacht, mir aufzuzählen, welche Probleme es in der Domrep geben könnte und dass ich mir doch lieber ein anderes Land, wie zum Beispiel Paraguay oder Panama aussuchen sollte. Welches das Hauptproblem ist, auf das ich das öfteren angesprochen werde und warum ich trotzdem bei meiner Entscheidung bleibe, erfährst du, wenn du dich jetzt einfach zurücklehnst und dran bleibst. 7.000 Kilometer weit weg in die Karibik zu ziehen, ist sicher nichts Alltägliches. Und so eine Entscheidung sollte auch wohl durchdacht sein. Und deshalb gehört es natürlich auch dazu, sich über die negativen Aspekte des außerwählten Landes Gedanken zu machen. Wer meine ersten beiden Videos zu dem Thema noch nicht kennt, sollte sich aber zuerst die Vorgeschichte meine Entscheidung anschauen. Denn dort erkläre ich meine Beweggründe und außerdem erfährst du alles über meine Reise im April, in der ich mir das Land vor Ort angeschaut habe. Den Link dazu findest du hier oben. Die Domrep ist gefährlich. Dort gibt es viel Armut und man hört immer wieder von der hohen Kriminalität. Das ist ein Satz, den ich sehr oft höre, wenn ich von meinem Vorhaben erzähle. Und ob ich mir denn keine Gedanken machen würde, was alles passieren könnte. Und nein, das mache ich tatsächlich nicht. Denn als ich mir vor Ort ein Bild von der Lage gemacht habe, kam ich mir zu keinem Zeitpunkt unsicher vor. Im Gegenteil, wir wurden überall freundlich begrüßt und sogar zweimal von Einheimischen zum Essen eingeladen. Denn die Dominikaner sind zum größten Teil sehr gastfreundlich und aufgeschlossen gegenüber Fremden. Generell ist vor allem die Nordküste sehr international. Denn nicht nur die Strandpromenaden sind mit Dauertouristen und Einwanderern aus Kanada, den USA und Europa übersät, sondern in den meisten Städten gibt es auch internationale Schulen. Und für die, die das wollen, auch ganze Nachbarschaften, in denen nur Deutsche leben. Doch wenn ich das erzähle, geht man mir meistens zu bedenken, dass sich das vielleicht ändern könnte, wenn die Dinge auf der Welt mal wieder aus dem Ruder laufen. Klar, wenn die Situationen irgendwann doch mal brenzlig werden und es in Folge von Lieferengpässen oder sonstigen weltweiten Ereignissen zu Nahrungsmittelknappheiten und oder Unruhen kommen sollte, was aber natürlich auch in Europa passieren kann, dann könnte es sein, dass die Einheimischen auf die Idee kommen, dass bei Einwanderern aus Europa wahrscheinlich etwas zu holen ist. Es könnte aber auch anders kommen. Ich denke, dass sich im Falle von Krisen, egal wo auf der Welt man ist, ist das Wichtigste ist, was für ein Verhältnis man zu den Menschen, die um einen herum leben hat. Hat man eine gute Community und in meinem Fall des Auswanderers einen guten Kontakt zu den Einheimischen, weil man vielleicht in besseren Zeiten auch mal was gegeben hat, dann wird einem in schlechten Zeiten im Gegenzug sicher auch geholfen werden. Und genau das ist es, was gerade in vermeintlich ärmeren Ländern, die kein staatliches Sozialsystem haben wie Deutschland, auch heute noch ganz normal ist. Man hilft sich gegenseitig, weil man auch weiß, wie es ist, auch mal nichts zu haben. Schottet man sich aber ab und kennt noch nicht mal seinen eigenen Nachbarn beim Vornamen, geschweige denn hätte ihm jemals bei irgendetwas geholfen, wenn er mal Hilfe brauchte, dann wird es mit Sicherheit auch in Krisenzeiten nicht anders aussehen. Und da spielt es auch keine Rolle, in welchem Land man gerade ist. Wenn es tatsächlich echte Lieferkettenprobleme und Nahrungsmittelknappheiten geben wird, dann wird das weltweite Auswirkungen haben. Also auch wenn ihr nicht vorhabt auszuwandern, geht doch mal vor die Tür oder schaut über den Flur und lernt eure Nachbarn kennen. Am wichtigsten ist, egal ob in guten oder in schlechten Zeiten, immer das Umfeld und die Personen um einen herum. Die Community eben. Und genau so eine Community durfte ich in der kurzen Zeit, in der ich im Land war, kennenlernen. Eine Community bestehend aus Leuten, die frei in ihrem Denken sind. Und alle waren sie Bitcoiner. Überall konnte man Leute treffen, die extrem interessante Werdegänge und auch echte Pläne und Visionen für die Zukunft haben. Irgendwie kam es mir in Deutschland zuletzt so vor, als wären die meisten um mich herum Zombies, unfähig ihr Leben und damit ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen und wirklich etwas zu verändern. Doch dort habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Mit meinen Gedanken, mit meinen Zielen und mit meiner Vorstellung von einer freien Gesellschaft. Es gibt überall Menschen, die so wie du und ich auf der Suche nach Veränderung sind. Dafür muss man auch nicht unbedingt auswandern. Aber man muss sich bewegen, aus sich rauskommen und wirklich etwas tun. Auf jeden Fall kam es mir während der Zeit dort so vor, als seien dort mehr solcher Menschen. Aber vielleicht liegt das auch nur an der Schönheit der Natur und dem ganzjährig guten Wetter. Die Tatsache mit der Community, die ich dort gefunden habe und ein darauf folgendes Angebot, das ein längerfristiges Wohnarrangement für meine Freundin und mich beinhaltet, hat ein jeglicher anderen Zweifel bezüglich Ängsten oder Sorgen darüber, was denn noch alles Schreckliches passieren könnte, ausradiert. Und wir haben uns endgültig für die Dominikanische Republik, aber eigentlich viel mehr für die Bitcoin-Community vor Ort und das wunderschöne Fleckchen Natur weit abseits von der Stadt und irgendwelchen Überwachungssystemen entschieden. Wer meinen Leitspruch Bitcoin, Garten und Vorräte kennt, der weiß, dass ich immer darauf bedacht bin, mein Selbstversorgungslevel weiter auszubauen und immer unabhängiger von zentralisierten Systemen und somit immer freier zu werden. Dort gibt es Unmengen an Flächen, die darauf warten, bearbeitet zu werden. Samenfestes Saatgut für mein Unterfangen habe ich schon bestellt. Ob man sowas überhaupt per Flugzeug einführen darf, keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es dort auch möglich, Hühner zu halten. Und ich habe gehört, dass wohl bald auch ein Inka-Kurs stattfinden soll. Wobei ich noch nicht so genau weiß, ob das was für mich ist. Ziel ist es auf jeden Fall, wieder näher an der Natur zu leben, so autark wie möglich zu werden und einfach ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen, in dem man gar nicht mehr viel Geld benötigt. Und wenn doch, dann gibt es in einer nahegelegenen Stadt eine Bitcoin-Bank. Wer meinem Kanal schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich eigentlich schon von Anfang an darauf hinarbeite, so etwas oder so etwas ähnliches zu realisieren. Obwohl das Ganze vor zwei Jahren noch ziemlich unrealistisch schien, scheint sich jetzt zumindest extrem viel in die Richtung zu bewegen, die ich mir vorstelle. Und das ist auch das, was ich euch in den Videos immer versuche zu übermitteln. Versucht jeden Tag eine kleine Sache zu tun, die euch ein wenig unabhängiger und freier macht. Der entscheidende Punkt ist einfach anzufangen. Der Rest kommt, wenn man dranbleibt und nicht aufgibt von ganz allein. Also wenn ihr auswandern wollt, aber vielleicht nicht genug Geld habt, egal. Setzt euch trotzdem in den Flieger und schaut euch das Ganze vor Ort an. Wer weiß, was sich dort ergibt und wem man kennenlernt. Auch ich bin mit Sicherheit nicht reich und habe auch nur ein bescheidenes Polster, das bei den Bitcoin-Preisen zur Zeit, die ihr sicher alle kennt, nicht gerade wächst. Aber ich habe trotzdem die Initiative ergriffen und es haben sich Möglichkeiten ergeben, die ich mir vorher nicht hätte erträumen können. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr nicht vorhabt auszuwandern, aber trotzdem freier und selbstbestimmter leben wollt. Macht den ersten Schritt. Wenn ihr kein Geld habt, dann investiert ihr eben monatlich nur 10 Euro in Bitcoin. Und wenn ihr keinen Garten habt, dann pflanzt ihr eben erstmal nur ein paar Sachen auf der Fensterbank an. Wichtig ist, dass ihr etwas tut. Und dadurch, dass ihr etwas tut, wird sich dann auch etwas bewegen. Für meine Freundin und mich wird es in ca. 6 Wochen losgehen. Und wenn es für euch interessant ist, wie es bei uns weitergeht und was es dem Projekt Freies Leben wird, dann abonniert den Kanal und falls ihr eine Frage habt, dann ab in die Kommentare damit. Im nächsten DomRap-Update werde ich dann auf die interessantesten davon eingehen. Also haut in die Tasten. Wir sehen uns im nächsten Video.